Willkommen zum nächsten Teil. Heute geht es darum, wie wir das Holz in die Form lassen, wie wir den Fluss gießen, wie wir das alles vorbereiten und worauf wir am besten auch noch zu achten haben. Gut, im letzten Teil haben wir die Form ja so gebaut und alles versiegelt. Jetzt stand die ein paar Tage hier rum, ist auch ein bisschen zugestaubt. Deswegen nehme ich einfach ein bisschen Glasreiniger und werde nochmal den feinen Staub rauswischen. Danach werden wir das Ganze nochmal mit einem Trennmittel behandeln. Ich persönlich nutze hierfür gerne Trennwachs, einfach weil sie es schön verteilen lässt, super auftragen und auch weil es sehr ergiebig ist. So, beim Trennwachs, ich benutze dieses Mal das Revivo von Königholz & Harz. Den Link davon gibt es unten in der Beschreibung. Es gibt wahrscheinlich auch andere Wachse oder Trennwachse von anderen Herstellern. Wie die funktionieren, kann ich nicht sagen. Ich habe das von Königholz damals bekommen und habe es getestet und muss sagen, ich bin topf zufrieden. Von daher, warum soll ich ein anderes nehmen, wenn das genau das macht, was es soll. Zum Auftragen nehme ich ein ganz normales Küchentuch. Da muss es nichts Besonderes sein. Das falten wir einfach ein bisschen, tunken das einmal hier sauber rein und verteilen erstmal grob und nachher reibe ich das dann immer noch gerne so ein bisschen feiner ein. Für die Leute, die den Rahmen so gebaut haben wie ich und jetzt das Ganze auch dann ausrichten möchten, beispielsweise auf einem schrägen Tisch, kann ich raten, macht euch ein paar Latten fertig. Ich habe jetzt hier die schon mal vorbereitet. Da müsst ihr halt darauf achten, dass die alle erstmal die gleiche Stärke haben. Also sprich, dass die alle hier gleich dick sind. Die positionieren wir uns dann gleich im Harzraum auf einen gleichmäßigen Abstand und packen da den Rahmen rauf. Und wenn wir jetzt feststellen, okay, der Rahmen ist schief, dann können wir anfangen zu unterfüttern. Sprich, wir setzen dann hier kleine Plättchen zum Beispiel drunter oder versuchen das anders auszunivellieren. Dann braucht ihr als nächstes noch Latten, um das Holz später von oben auf den Rahmen zu pressen. Sprich, wir haben das Holz und haben dann später eine Latte, die das Holz runterdrückt. So, nun wäre das unvorteilhaft, wenn wir hier die komplette Fläche nehmen, der Latte. Also machen wir uns kleine Klötzchen, die dann bloß punktuell auf dem Holz liegen und das Ganze runterdrücken. Hat den Vorteil, wir haben weniger Kontaktfläche und kriegen die später, falls die eigene Gussen werden sollten, besser mit ab. Auch da habe ich jetzt schon welche vorbereitet. Ich habe mir jetzt hier einfach noch Bankierei-Reste genommen und habe die zersägt. Ihr könnt da irgendwelches Holz nehmen. Wenn ihr gut seid, habt ihr vielleicht sogar irgendwelche Kunststoffteile, die ihr zersägen könnt, weil Kunststoff haftet nicht so doll mit dem Harz zusammen. Und dann könnt ihr das so positionieren, dann kommt später unsere Latte drauf und dann wird das Ganze mit Schraubzwingen verzwingt. Und dann drückt sich das Holz richtig schön in den Rahmen rein. Dann achtet ihr bei dem Holz noch da drauf, dass jetzt die Seite, die nachher unten ist, auch möglichst glatt ist. Ihr seht, ich habe das ganze Holz so rum eingestrichen und das überflüssige Versiegelungsharz, so nenne ich es mal, hat jetzt hier leichte Blasen gebildet. Und wenn wir die jetzt zum Beispiel auf der Unterseite hätten, dann haben wir das Problem, dass sich die im blödesten Fall nicht in den Rahmen reindrücken, sondern in den Hohlraum bilden und dann fließt uns das Harz drunter. Auf der Oberseite ist das nicht ganz so wichtig, auf der Unterseite hingegen schon. Also achtet da drauf. Wenn ihr da solche Blasen habt, schleift die an. Achtet drauf, ob da sozusagen letztendlich trotzdem noch die Harzversiegelung drauf ist. Wenn nicht, wenn ihr zu doll geschlüpfen habt und ihr seid schon wieder auf dem trockenen Holz, dann müsst ihr das halt nochmal nachversiegeln, um auf Nummer sicher zu gehen, dass euch das nicht von unten ausgast. Bei mir ist das zum Beispiel bei dem Stück der Fall, da habe ich nicht darauf geachtet und habe jetzt hier die großen Blasen. Wenn ich das dann sozusagen positioniere, dann wird das ganze wackeln bzw. ich würde das Holz jetzt unter Spannung verzwingen und trotzdem würde ich hier was drunter laufen. Also heißt das auch für mich, einmal nacharbeiten und ganz schnell die Tropfen hier wegschleifen. Also wir haben das ganze jetzt mal hier in unseren Harzraum gebracht und zwar zeige ich euch jetzt ein paar verschiedene Techniken, wie ihr sozusagen den Rahmen mit dem Holz vorbereitet. Zum einen ist es ganz wichtig, ihr seht jetzt hier drunter, liegen meine Hölzer, meine Stangen, dass das ganze jetzt in Waage ist. Also sprich, sowohl so hier in Waage, als auch wenn wir das ganze längst überprüfen. Da ich bei mir den Tisch hier unten schon vorbereitet habe und den damals so eingebaut habe, dass der hundertprozentig in Waage steht und meine Hölzer alle gleich stark sind, ist natürlich jetzt auch bei mir der Rahmen in Waage. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, dann könnt ihr jetzt hier anfangen zu unterfüttern. Passt aber auf, dass der Kontakt hier möglichst großflächig ist, dass ihr da später nicht einen Verzug habt oder dass es wackelt. Dann gibt es später in meinen Augen zwei sinnvolle Spannvorrichtungen, wie man jetzt das Holz hier in den Rahmen pressen kann. Wenn ihr einen Tisch habt, wie ich jetzt hier, wo ihr eventuell bloß hier vorne eine Spannfläche habt und hinten ist die Wand oder was auch immer, dann könnt ihr natürlich jetzt bloß hier vorne mit dem Tisch verspannen und hinten würde es frei hängen. Deswegen diese Erhöhung hier, dass wir dann mit unserer Schraubzinge oder unserer Spannzinge hier drunter gehen können und das Ganze auch von hinten sozusagen gespannen. Da müsst ihr natürlich gucken, was habt ihr jetzt hier für eine Höhe. Ich kann gleich mal machen. Die Latten jetzt hier nochmal 90 Grad drehen und dann, genau, dann komme ich hier knapp drunter. Wie verspannt ihr das jetzt so bei der Technik? Ihr habt dann euer Holz, da nehmen wir jetzt mal beispielsweise das, legt das Ganze in den Rahmen, positioniert euch das, wie ihr das braucht und würdet dann eure Distanzstücke nehmen. Da ist wichtig, dass eure Stücke lang genug sind, weil wenn sie jetzt zum Beispiel hier zu kurz sind, dann könnt ihr nachher nicht mit der Latte sozusagen einen Druck aufbauen. Sprich, ihr braucht längere, die über diesen Rahmen hinüber gucken mit dem Holz. Dann nehme ich jetzt die und dann wird das Ganze, wir machen das mal mittiger, dann kommt hier die Latte drauf und jetzt würdet ihr euch zwei Schraubzwingen oder Spannzwingen nehmen und würdet einmal hier hinten drunter gehen und das Ganze verspannen, einmal ansetzen und dann macht ihr das gleiche hier vorne. Ich habe leider jetzt bloß eine von den kurzen und dann würdet ihr jetzt richtig Druck drauf geben und ihr seht jetzt, wie sich das Holz hier langsam biebt. Dann wisst ihr, okay, jetzt ist hier ordentlich Druck auch auf dem Grundholz und wenn das klar ist, dann fließt euch hier vorne später weniger Harz drunter. Das wäre die Variante, wenn ihr einen Tisch habt, wo ihr nur vorne verzwingen könnt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit einem massiveren Rahmen zu verzwingen, würde ich das immer bevorzugen, denn wenn euer Holz sehr schief ist, gehen wir mal davon aus, so wie bei dem hier, das hat ja einen richtig schönen Bohr und ihr versucht das jetzt mit viel Kraft zu zwingen, dann kann es passieren, dass euch das, die Bohle, den Rahmen einfach krumm biegt und dann habt ihr auch nichts gewonnen, weil euer Tisch nachher, euer Gießling dann auch schief wird. Die zweite Variante, die ich verwenden werde, die ist was für Personen, die die Möglichkeit haben, auch hinten zu verzwingen oder vielleicht an den Seiten oder wenn sie beispielsweise eine Arbeitsplatte haben, die Lochbogen hat, in die man was verzwingen kann. Und zwar schaut ihr wie folgt aus. Die Basis ist wieder dasselbe. Wir müssen darauf achten, dass der Tisch wirklich in Waage ist. Das haben wir jetzt hier immer noch gegeben. Und dann nehmen wir unser Holz. Wir können das positionieren. Das ist alles identisch. Nehmen wir unsere Klötze und ich würde das jetzt bei unserem richtigen Holz über die gesamte Länge hier machen. Sprich, bei mir gucken gleich hier längst zwei Stangen rüber und die presse ich jetzt dann außen, also einmal hier hinten am Tisch und mit dem Rahmen und einmal hier vorne vor der Kamera. Und kann damit dann halt gewährleisten, dass da ordentlich Kraft drauf ausgeübt werden kann und mir die Bohle nicht hoch schwimmt. Das werde ich jetzt vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder. Bei mir sieht jetzt die ganze Vorrichtung so aus. Wie wir sehen, ich habe jetzt hier vorne die Schraubzwing direkt mit meinem Tisch sozusagen verspannt. Dadurch konnte ich eine schöne Kraft ausüben. Wir sehen auch, wie die Alustange einen leichten Bogen macht. Sprich, da ist auch gut Spannung drauf. Ebenfalls können wir jetzt sehen, dass hier unten bei den Hölzern so gut wie kein Spalt mehr ist. Wenn wir das jetzt zum Beispiel hier vergleichen, dann haben wir da kaum noch einen Spalt. Und das Ganze zieht sich jetzt hier über das komplette Holz. Hier haben wir noch einen leichten. Das heißt, ich werde nochmal hier hinten eine Stange lang ziehen und da auch nochmal runterspannen, in der Hoffnung, dass ich eventuell das Holz noch ein bisschen gezogen bekomme. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm, weil wir werden gleich sowieso nochmal einen Arbeitsschritt wiederholen. Einfach, weil ich die Variante sicherer finde. Sprich, wir werden das alles, nochmal die ganzen Kanten, jetzt auch auf dem Rahmen einpinseln. Dann habe ich jetzt hier in der Mitte noch unsere Lückenplatte, die wir dann später nutzen, um eventuell noch was einzubauen, drunter zu bauen. Und da hatte ich jetzt keine Lust, das Ganze nochmal mit einer Alustrebe zu verstreben, weil es ist ja bloß ein leichtes, dünnes Plättchen. Und das wird ja jetzt eh erstmal versiegelt. Deswegen die Kanister. Wenn ihr jetzt die Platte hier sozusagen eingießen wollt und nicht vorher versiegelt, wobei ich denke, das werde ich auch nochmal machen, dass wir die einfach nochmal unten einkleben. Sprich, ein Kleck Silikon oder Heißkleber oder in den Rahmen von unten verschraubt. Sprich aber, dass die nochmal mechanisch fest ist. Dann chemisch nochmal mit dem Epoxidharz befestigt. Und dann sollte da nichts mehr passieren, wenn wir nachher die große Menge gießen. Ich habe mich jetzt gerade doch nochmal dazu entschieden, hier die äußeren Kanten mit Heißkleber zu versiegeln. Einfach, weil ich nicht möchte, dass so viel Harz hier hinterläuft. Ihr könnt dafür auch Acryl nehmen, wenn ihr die Zeit habt. Ich wollte das gerne heute schon versiegeln, deswegen habe ich den Heißkleber genommen. Und beim Verspannen ist es wie bei vielen anderen Sachen auch, der goldene Mittelweg ist der richtige. Wenn ihr zu doll jetzt spannt und das Ganze dann später wieder löst, kann es natürlich auch sein, dass euer Holz auch versucht, wieder in den Ursprung zurück zu gehen und dann zerreißt es euch nachher noch das Harz. Also versucht da einen guten Mittelweg zu finden und nicht zu doll zu spannen. Wenn ihr zu sehr spannen müsst, dann ist euer Holz falsch vorbereitet. Dann müsst ihr es nochmal durch die Abrichte jahren oder mit der Oberfräse bearbeiten und es halt nochmal versiegeln. Aber ihr ärgert euch sonst später beim Ergebnis. Ebenfalls ist auch wichtig, dass ihr nachdem ihr alles jetzt verspannt habt, nochmal kontrolliert, ob der ganze Tisch immer noch in Waage ist. Es kann natürlich sein, dass sich da etwas verzieht und das seht ihr dann später erst beim Gießen und dann ist es oft schon zu spät. Weil dann wieder hektisch das alles ausgleichen, dann läuft euch was an anderen Seiten vorbei. Es ist nur zu viel Stress und da entstehen die Fehler oftmals. Wir werden das Ganze jetzt nochmal versiegeln, ein zweites Mal. Weil es geht wirklich bloß darum, nochmal die ganzen kleinen Lücken einzupinseln, nochmal das Harz eventuell hinfließen lassen. Falls ihr irgendwo, oder falls ihr einen anderen Rahmen benutzt, eine andere Rahmentechnik und ihr habt eine Undichtigkeit, dann kann euch jetzt in diesem Schritt das Harz nochmal die Undichtigkeit verschließen. Nur dafür sind jetzt eigentlich die Schritte sinnvoll bzw. notwendig. Nachdem wir das Harz ordentlich umgerührt haben und einmal umgetopft, um Mischfehler zu vermeiden, sieht das Ganze bei mir jetzt so aus. Das ist ziemlich blasenreich, was aber völlig egal ist in unserem Fall jetzt. Da wir es ja sowieso sehr dünn verstreichen und die Blasen dadurch ausgasen können. Wie immer empfehle ich euch für so eine Arbeit einen Silikonpinsel, weil ich finde es reicht schon, dass man Mischbecher oftmals nur einmal verwenden kann. Wie immer empfehle ich euch solche Silikonpinsel, einfach weil ihr die mehrmals verwenden könnt. Und jetzt streichen wir einfach auch nochmal alles schön dünn ein und lasst euch bei der Arbeit ruhig ein bisschen Zeit. Und ihr seht ihr zum Beispiel hier hinten, das ist noch leicht staubig. Wenn ich da jetzt mal mit dem Harz drüber gehe, fängt sich sozusagen der Staub und ihr seht das auch später im Ergebnis nicht mehr. Also ich habe das auch schon getestet. Wenn ganz, ganz wenig staub ist, ist das gar nicht so wild. So, ich werde jetzt das Ganze hier nochmal gründlich einpinseln. Ich denke mal, das dauert jetzt eine halbe Stunde so in etwa und dann sehen wir uns gleich wieder.